Setzen wir ein. Wen, was, es, an und ihn. An wen wendest du dich? An den Angestellten, an ihn. Das heißt fragen. Was hast du gewendet? Ich habe es gewendet. Das bedeutet umdrehen. Und noch einmal. An wen wendest du dich? An den Angestellten, an ihn. Was hast du gewendet? Ich habe es gewendet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020